Hey Leute, Coach Steffi und heute mit der Frage, kann ich zu Hause Muskeln aufbauen? Ohne Gewichte, ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körpergewicht. Ist das möglich? Ja oder nein? Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist eine häufige Frage. Kommt vor allem für Anfängern, die sich noch gar nicht so viel mit einem Fitnessthema beschäftigt haben. Von daher heute ein kurzes Video mit einer, wie soll ich sagen, ausführlichen Antwort darauf, dass ihr auch genau wisst, was geht und was nicht, was muss man dabei beachten, welche Faktoren spielen mit und was müsst ihr letztendlich umsetzen, um euer Ziel zu erreichen. Und bevor wir starten mit dem ersten Punkt, Kanal abonnieren Leute. Ich mache ja kostenlosen Content für euch, da könnt ihr für mich ein Abo dalassen. Machen wir es ganz kurz, die Antwort ist hell yeah, auf jeden Fall kannst du daheim Muskeln aufbauen, auch ohne Gewichte, denn dein Muskel, der kennt ihr nur den Widerstand, den er bewältigen muss, indem er sich zusammenzieht und wieder locker lässt. Er hat aber keine Augen und weiß nicht, ob dieser Widerstand von Hanteln kommt, Langhantel, Kurzhantel, von einer Maschine oder einfach die Schwerkraft, das eigene Körpergewicht ist. Das interessiert ihn ja erstmal nicht. Ihn interessiert nur, dass er etwas hat, gegen das er kämpfen muss. Und wenn dann die Intensität, der Umfang, die Trainingshäufigkeit, die Dauern und so weiter stimmt, die Trainingslehre passt, dann baut er Muskeln auf. Von daher kannst du definitiv daheim mit dem eigenen Körpergewicht Muskeln aufbauen. Die Frage ist immer nur, was ist dein aktuelles Trainingslevel? Bei einem Anfänger, da reicht natürlich das eigene Körpergewicht, wenn du jetzt, was weiß ich, 65, 70 Kilo wegst, ein paar Liegestütze, Kniebeuge machst, ein bisschen Australian Pull-Ups, Klimmzüge, klar reicht das. Aber desto fortgeschrittener du wirst, desto mehr Intensität, desto mehr Trainingsvolumen, desto mehr Umfang, desto mehr Reize musst du hier ersetzen und dann wird es ein bisschen schwierig. Also die Antwort ist erstmal, natürlich geht das, kommt auf deinem Fitnesslevel an, zu einem gewissen Grad und dann machen wir weiter mit den Schwierigkeiten, die du dabei aber beachten solltest. Und genau hier kommt dann die Steigerung ins Spiel. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Damit du immer weiter Muskeln aufbaust, musst du ja ständig neue Muskelaufbaureize setzen. Und damit du neue Reize setzt, musst du die Intensität erhöhen oder den Umfang erhöhen, das Trainingsvolumen erhöhen. Du kannst nicht einfach das machen, was du immer machst, denn sonst kommt das raus, was du schon hast. Der Körper hat keine, keine, wie soll ich sagen, der hat keinen Grund sich zu verbessern, wenn du keinen Reiz setzt. Und das ist eben das Problem mit dem eigenen Körpergewicht, denn du wiegst halt immer gleich. Du wirst jetzt nicht von Woche zu Woche immer 2,5 Kilo zunehmen, dass es ständig schwerer wird, seine Liegestütze zu machen. Also musst du dir was überlegen, denn Hypertrophie, Muskelaufbau, ist irgendwo zwischen 8 und 15 Wiederholungen. Und wenn wir jetzt mal die Liegestütze als Beispiel nehmen und du bist ein Anfänger und machst deine 10 Liegestütze, dann bist du ja in diesem Bereich. Aber dann wirst du besser, machst irgendwann 15 Liegestütze, 20 und 30 Liegestütze. Und irgendwann sind Liegestütze keine Muskelaufbau, Hypertrophieübung mehr, sondern eine Kraftausdauerübung. Und auch wenn du natürlich da auch gewisse Maße Muskeln aufbaust, ist es bei weitem nicht mehr der Fokus und der Körper sagt, gut, ich werde nur noch die Ausdauer, die Kraftausdauer verbessern, aber nicht mehr Muskeln aufbauen. Von daher bringt es nichts, einfach mehr Wiederholungen zu machen, denn dadurch baust du nicht mehr Muskeln auf, sondern erhöhst den Umfang. Du willst die Intensität erhöhen. Und das bedeutet nun mal das Gewicht erhöhen. Im Fitnessstudio einfach umstecken und dann hast du mehr Gewicht, hast eine höhere Intensität. Geht daheim nun mal nicht. Also ist das Einzige, was du zur Steigerung machen kannst, Variationen. Du kannst nicht nur normale Liegestütze machen, sondern einarmige Liegestütze. Oder die Füße auf eine Erhöhung, dass du mehr Körpergewicht auf die Hände bekommst. Oder du kannst irgendwie plyometrische Übungen einbauen, wo du dann nochmal kurze, knackige, schnellkraft, explosive Bewegungen drin hast, die dann auch nochmal einen anderen Reiz setzen. So kannst du deine Intensität erhöhen, aber es reicht nicht, wenn du einfach nur mehr Wiederholungen machst. Und das Problem bei den Variationen ist, dass du, wenn du jetzt auf einen Arm gehst, natürlich nicht nur die Brust drin hast. Auf einmal hast du die Schulter mehr drin, den Trizeps. Du veränderst ja auch so ein bisschen den Fokus, welcher Muskel arbeitet. Es kommen auf einmal koordinative Elemente dazu, was ja nicht schlecht ist. Und du sollst auch deine Koordination verbessern, sonst wirst du später eh nicht weiterkommen. Aber wenn du sagst, ey, mir geht's primär um Muskelaufbau, das Optimum zum Muskelaufbau, dann wirst du natürlich keine koordinativen Elemente drin haben, sondern wirklich nur auf Muskelaufbau abzielen. Und das ist dann normal mit dem Bodyweight Training, Calisthenics, irgendwo eingeschränkt. Vor allem, wenn wir es im direkten Vergleich zu Bodybuilding machen, wo es ja wirklich nur um die Optik geht. Also auch ein bisschen so Trainingsphilosophie, Bodyweight Training, da trainierst du ja Übungen, du willst deine Skills verbessern und die Optik ist so ein Nebeneffekt. Beim Bodybuilding ist ja genau andersrum. Da hat überhaupt nichts mit Performance zu tun, da geht's ja nur um den Look, damit du am Ende auf der Bühne Muskelmasse hast, dass du den Wettbewerb gewinnst. Ja, so eine genau gegensätzliche Philosophie. Die einen trainieren für den Look, die anderen haben geilen Look, weil sie hart trainieren. Es gibt beides zusammen, aber wenn wir jetzt mal nur von daheim Bodyweight sprechen, dann habt ihr jetzt eine ausführliche Antwort. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie du die Intensität erhöhen kannst und das ist das Benutzen einer Gewichtsweste. Denn wenn du noch mal 10 Kilo mehr um den Brustkorb hast, dann werden aus den 30 Liegestütze ganz schnell nur noch 10. Und aus den 15 Klimmzügen werden ganz schnell nur noch 5. Und du machst auch keine 100 Air Squats mehr ohne Probleme, sondern dann hast du nur noch 20 Kniebeuge am Stück. Und so setzt du auch nochmal einen Muskelaufbau reiz. Wir haben hier die Sigurd 3D, das ist die Gewichtsweste von Superfit, was auch gleichzeitig der Sponsor vom heutigen Video ist. Und wir haben in den letzten 1,5 Jahren ziemlich viele Westen durchgetestet, bis wir eine gefunden haben, wo die Preis-Leistung stimmt. Wo nicht ewig zu teuer ist, wo aber nicht nach 3x Benutzen schon kaputt geht. Wo die Passform passt, damit du halt auch beim Training ordentlich Bewegung hast, aber sie nicht verrutscht und trotzdem fest sitzt, nicht dauernd hoch und runter rutscht. Und was mir noch wichtig war, dass du die Gewichtsplatten rausmachen kannst, damit du die Weste auch waschen kannst, wo du schwitzt in den Dingern. Von daher, bei Superfit gibt es einen Gutscheincode, da könnt ihr euch ein paar Gewichtswesten angucken, verschiedene Farben, verschiedene Gewichte. Ich habe auch ein komplettes Video zum Thema Gewichtsweste gedreht. Ich verlinke es euch unten in der Infobox, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen mehr über das Thema informieren, falls ihr euch überlegt, eine Weste zu kaufen. Wir haben bisher gelernt, dass du auf jeden Fall daheim Muskeln aufbauen kannst, dass es allerdings ein bisschen problematisch wird, wenn du dich steigern willst, wenn du besser wirst, um neue Reizen zu setzen. Daher solltest du dir als dritten Punkt jetzt überlegen, was ist eigentlich dein Ziel? Warum fragst du mich diese Frage, ob du daheim Muskeln aufbauen willst? Willst du nämlich ein Bodybuilder werden, aussehen wie ein Bodybuilder, dann mach Bodybuilding. Ich sage es dir so, wie es ist. Willst du der beste Fußballer der Welt werden, dann musst du Fußball spielen. Ist auch klar, du kannst nicht sagen, ich mache hier drei Übungen und sehe dann aus wie der und der, bin aber der Beste im Thai-Boxen und der Top-Golfer und Formel-1-Fahrer und sehe aus wie Arnold Schwarzenegger und bin erfolgreich wie Elon Musk und entscheide dich, Alter. Du kannst nicht alles auf einmal haben. Du kannst nicht der schnellste Sprinter, der weiteste Springer, der schwerste auf der Waage, der beste Mathematiker und dann noch Bundeskanzler von Deutschland werden. Ich weiß, es ist weit ausgeholt, aber es ist so. Überleg dir einfach, was willst du von deinem Training? Dein Training soll dir in die Karten spielen. Bist du jetzt jemand, der gerne fit wäre, nicht nur gut aussehen will, sondern auch ein bisschen Leistung, Performance, Skills, Koordination mitbringen, dann baue Bodyweight Training in deinen bestehenden Trainingsplan ein. Keiner sagt, du musst sechsmal, siebenmal die Woche ins Gym rennen. Es ist auch möglich, dass du zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehst und zweimal die Woche daheim trainierst. Ja, deswegen mache ich ja Hybridtraining. Hybridtraining ist die Kombination Bodyweight und Calisthenics. Wir nehmen das Beste aus beiden Welten mit. Und du kannst eben die Schere zwischen beiden Welten machen und dir das Beste von beiden rauspicken, dass du sagst, ich gehe ins Gym für intensive Reize, Muskelaufbau, Reize, kann mich da einfach steigern, mache Multi-Joint-Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, Bankdrücken, Langhantelrudern, wo ich eben Gewichte brauche und mache dann daheim aber noch zusätzlich meine Liegestütze, Klimmzüge, Australian Pull-Ups, mache dort meine Bauchübungen, mein Core-Training, wo eben ich da punkten kann. Ja, also man kann beide Welten auch kombinieren. Es ist keine Frage entweder oder. Aber die Leute da draußen, vielleicht auch du, der gerade zuguckst, der will sich selber in eine Schublade stecken. Häufig, gerade bei den Jugendlichen, ist das eher so das Problem von, ich will Anerkennung, ich will mir selber einen Stempel draufstecken von wegen, guck mal wie geil ich aussehe und ich habe das nur mit dem eigenen Körpergewicht gemacht. Nicht so wie die anderen im Fitnessstudio. So Profilierung. Bro, drauf geschissen. Wenn du zwei Handeln hast, benutze die. Wo ist das Problem? Wenn du ein Fitnessstudio-Mitwirtschaft hast, dann geh doch hin und mach doch ein bisschen. Wo ist das Problem? Kombinier es doch, wie du es brauchst. Und nicht, wie du denkst, dass andere Leute über dich denken sollen, weil du irgendwas erreicht hast, was woanders viel schneller, viel einfacher gegangen wäre und du machst es dir nicht selber kompliziert, weil du dich auf dessen profilieren willst. Die Geschichte ist immer viel interessanter, wenn der Held es schwierig hat und es dann erreicht. Und nicht, wenn der Held sagt, ja na gut, bevor ich ihm jetzt hier meinen ganzen Plan erzähle und er dann entkommt und mich stoppt, schieße ich ihn doch einfach ab. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht, es ist eine komplexe Antwort auf eine simple Frage. Ihr müsst euch einfach überlegen, was will ich von meinem Training, welche Möglichkeiten habe ich, in welcher Situation bin ich, welches Fitnesslevel habe ich und ganz wichtig, was macht mir Spaß? Ihr seid alle keine Leistungssportler, ihr verdient alle euer Geld nicht mit Fitness, also benehmt euch auch nicht so. Ihr seid Freizeitsportler, überlegt, was gibt mein Leben her, wie viel Zeit will ich in meine Fitness investieren, wie viel Geld will ich daran investieren und dann macht das. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ihr findet dort auch den Link zu den, hier sind sie, Gewichtswesten, SIGO 3D, Gutschein-Code ist auch unten verlinkt, plus nochmal mein Hybrid-Trainingsprogramm. Also ich habe auch ein Acht-Wochen-Programm, wo wir genau das, was wir heute besprochen haben, Fitnessstudio in Kombination mit Bodyweight Training, beides kombiniert mit Ernährungskonzept, habe ich auch unten verlinkt. Guckt euch einfach an, vielleicht ist es was für euch. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke klicken, Kommentare lassen, Daumen hoch, ihr wisst, wie es geht. Coach Steph, wir sehen uns bis dahin. Peace.